guten morgen hier ist der alte fuchs heute muss ich mal wieder eine dalie teilen und zwar ist das die sorte ferncliffe illusion sie hatte ein durchmesser im herz beim ausgraben von fast 40 cm und das war bestimmt ein gewicht von fünf kilo diese knollen werden ja in mexico wo sie eigentlich herkommen auch gegessen ja diese sorte blüht in weiß mit lila spitzen und war letztes jahr erreichte fast eine höhe von zwei meter jetzt muss sie vor dem einpflanzen wieder geteilt werden dalien haben ein starkes knollen gepflegt und bilden sehr viele stänger aber dadurch sind die einzelnen blüten nicht so groß wenn man sie jetzt start teilt wie das wachstum wieder mehr angeregt und sie bilden dadurch viel größere blüten sehr schwierig sie zu teilen diesen knollen geflecht aber auch das lässt sich machen da muss man schon hartnäckig herangehen weil so ein setzling der reicht schon vollkommen aus hier sieht man schon eine neue knospe wo der neue trieb entsteht und die sollten pro pflanze maximal drei triebe entstehen den rest sollte man später wetschneiden dass die pflanze auch luftiger ist und die blüten und blätter vor allem mehr platz haben weil er entsteht auch sehr schnell zwischen den einzelnen trieben bei regenwetter feulnis und das wollen wir ja auch ein bisschen vermeiden ja jetzt gehe ich sogar mit der abschere dran da haben wir schon wieder ein und so lassen sie sich auch gut vermehren und man kann sie auch weitergeben und freunde und bekannte das ist eigentlich noch zu viel ich versuche das noch mal kleiner zu bekommen was ja nur nicht ganz so einfach ist ja hier haben wir zum beispiel ein teil was hier auch schon augen besitzt und das reicht vollkommen aus für eine neue setzling hieraus können wir auch noch was gutes machen daraus werden sich auch noch ein paar pflanzen machen lassen gut wenn man jetzt knollen hat wo kein wurzelhals mehr dran ist die werden keinen neuen trieb aber hier sind doch einige ohne versteckte augen sitzen werden ja das sind jetzt bestimmt sechs sieben pflanzen aus einer großen knolle ja ich denke mal das war wieder ein praktisches beispiel für euch bis demnächst ja